Wie Sie vielleicht wissen, unterzeichnete Meghan Markle einen großen Vertrag mit Netflix über die Produktion von Inhalten, nachdem sie und Prinz Harry im Jahr 2020 von ihren königlichen Ämtern zurückgetreten waren. Es scheint jedoch, dass ihr erstes Projekt für Netflix ins Stocken geraten ist, nachdem der CEO Megans Idee abgelehnt hat ihre Kinder Archie und Lilibet in die Show einzubeziehen. Berichten zufolge hatte Meghan Netflix CEO Ted Sarandos eine Idee für eine neue Zeichentrickserie vorgelegt, an der ihre Kinder Archie und Lilibet in irgendeiner Weise beteiligt sein würden. Sarandos lehnte die Idee jedoch ab und sagte, er wolle, dass die Kinder eine normale Kindheit hätten, und wolle sie nicht in einem so jungen Alter filmen oder in Projekte einbeziehen. Sarandos soll Meghan gesagt haben, dass das Wohlergehen ihrer Kinder jetzt Priorität haben sollte, anstatt sie in Netflix-Shows oder Produktionen einzubeziehen. Er sagte, dass er als CEO die Pflicht habe, Kinder zu schützen, die an Netflix-Projekten beteiligt sind, und dass Archie und Lilibet Privatsphäre und die Möglichkeit haben, abseits des Rampenlichts aufzuwachsen. Diese Ablehnung hat hinter den Kulissen für Aufruhr gesorgt. Quellen zufolge war Meghan nicht glücklich darüber, dass ihre Idee von Sarandos so schnell verworfen wurde. Sie glaubt, dass die Beteiligung ihrer Kinder im Netflix-Projekt einen echten Mehrwert hätte schaffen können. Sarandos beharrte jedoch darauf und bekräftigte, dass das Wohlergehen und die Entwicklung der Kinder Vorrang vor kommerziellen Projekten haben sollten. Branchenexperten haben die Haltung von Netflix hierzu gelobt. Als führende Streaming-Plattform hat Netflix eine Fürsorgepflicht gegenüber allen Menschen, insbesondere Kindern, die an seinen Produktionen beteiligt sind. Die Verwendung von Archie und Lilibet in einer Netflix-Show könnte dazu führen, dass sie schon in jungen Jahren einer großen öffentlichen Aufmerksamkeit ausgesetzt werden. Viele Kinderstars, die in einem ähnlichen Alter wie Archie in die Branche einstiegen, hatten mit dem Mangel an normaler Kindheit und Privatsphäre zu kämpfen. Da Harrys und Meghams Kinder ebenfalls Mitglieder des Königshauses sind, wären das öffentliche Interesse und die Medienaufmerksamkeit für sie auf einer anderen Ebene. Wenn man sie jetzt in ein Netflix-Projekt einbezieht, könnte ihnen die Chance auf eine private Erziehung genommen werden. Sarandos gibt einfach dem Wohlergehen und der Entwicklung der Kinder Vorrang vor kommerziellen Interessen. Als CEO lehnt er zu Recht alle Ideen ab, die diese Grundsätze gefährden könnten. Netflix wurde in der Vergangenheit in Bezug auf Kinder- und Datenschutzthemen kritisiert, sodass diese Haltung das Unternehmen auch vor möglichen Gegenreaktionen schützt. Insgesamt sind sich die meisten Experten einig, dass es die vernünftige Entscheidung ist, Archie und Lilibet vorerst von Produktionen fernzuhalten. Allerdings soll Megan über die Ablehnung ihrer Idee wenig erfreut sein. Sie sah in diesem ersten Netflix-Projekt eine Chance für ihre Kinder, sich auch an ihrer Arbeit zu beteiligen. Ihr nahestehende Quellen sagen, sie findet Sandos' Haltung überfürsorglich und glaube, er unterschätze ihre Fähigkeiten als Mutter, die Bedürfnisse ihrer Kinder und ihrer Arbeit in Einklang zu bringen. Megan steht im Rahmen ihres Großvertrags auch unter erhöhtem Druck, Hits für Netflix zu liefern. Ihre und Harrys Popularität in den USA nimmt ab. Einigen Umfragen zufolge hat diese Ablehnung ihrer ersten Idee sie berichten zufolge frustriert und den Druck erhöht, ihre Projekte mit Netflix zu einem kommerziellen Erfolg zu machen. Im Gegensatz dazu steht für Sandos der Schutz des Kindeswohls über kommerzielle Leistung oder Druck. Als CEO muss er den Ruf und die langfristigen Interessen des Unternehmens über kurzfristige Gewinne stellen. Archie und Lilibet vorerst vom Rampenlicht fernzuhalten, trägt zum Schutz sowohl der Kinder als auch der Marke Netflix bei. Während Megans Frustration angesichts des Ausmaßes ihres Netflix-Deals verständlich ist, sind sich die meisten Kinderschütze-Experten einig, dass Sandos die richtige Entscheidung getroffen hat, als er diese Idee ablehnte. Dabei sollte das Wohl der Kinder vorrang vor kommerziellen oder performative Aspekten haben. In Zukunft muss Meghan ihre Kreativität und ihr Talent darauf konzentrieren, neue Ideen für Netflix zu entwickeln, an denen ihre Kinder nicht direkt beteiligt sind. Sie hat darüber gesprochen, bedeutungsvolle Inhalte erstellen zu wollen, daher könnte die Produktion von Dokumentarfilmen oder Serien zu Themen wie Feminismus oder Rassengerechtigkeit eine wirkungsvolle Option sein. Glücklicherweise haben sie und Harry viele andere Interessengebiete wie psychische Gesundheit, Veteranenthemen und das Umfeld, die sie mit ihren Plattformen und ihrer Popularität in fesselnde Shows oder Filme verwandeln könnten. Sie haben das Potenzial, Inhalte zu produzieren, die das Bewusstsein für wichtige Themen schärfen. Wenn Meghan ihre Fähigkeiten und Leidenschaften in starke Projekte bündeln kann, die mit den Werten von Netflix in Bezug auf Vielfalt und sozialen Wandel im Einklang stehen, könnte dies dazu beitragen, ihren Ruf wieder aufzubauen und ihren Vertragsverpflichtungen nachzukommen. Mit der Zeit und Erfahrung könnte sich auch ihre Beziehung zu den Netflix-Führungskräften so weit verbessern, dass diese offen dafür sind, später kinderfreundliche Ideen mit Archie und Lilibet in Betracht zu ziehen.